Jo, heute zurück zu Control. Ja, wir sind ja hier mal wieder zum Boarding Room, dachte ich. Guck mal, weil nachdem wir hier Direktoren geworden sind, haben wir ja nicht wieder gesprochen hier. Lass mal gucken. Könnten dort Überlebende versteckt sein? Das könnte sein. Jesse, schön dich zu sehen. Wir halten Dylan in der Isolationszelle fest, wie du angeordnet hast. Mein medizinisches Personal führt gerade Tests durch. Und ich kann dir später die Details erläutern. Abgesehen davon, wie geht's weiter? Da der Diaprojekt ausgeschaltet ist, kann kein Zwischen mehr eindringen. Aber wir müssen mit denen fertig werden, die hier sind. Die Quarantäne kann erst aufgehoben werden, wenn sie komplett vernichtet wurde. Wenn das Zwischen ausbricht, wäre alles verloren. Alle auszulöschen wird eine Weile dauern. Ich tue, was ich kann. Aber meine Forschungen gehen langsamer voran, als ich es gerne hätte. Ich glaube, da kann ich helfen. Ich mache dich mit sofortiger Wirkung zur Forschungsleiterin. Verwende alles, was die Behörden zu bieten hat. Jede Ressource, jedes vertrauliche Datenpfitzelchen, um einen Weg zu finden, das Zwischen endgültig auszusperren. Das ist im Ernst? Ich meine, ja, ja, ich kann sicher, ähm, ja, ich nehme an. Du machst das schon. Außerdem gibt es keine anderen Alternativen. Es ist der andere hier, Jessie. Wirklich. Danke. Wunderbar, siehst du. Guck mal, hier liegt noch was rum. Tausend Zettelchen. Aufzeichnungen nochmal hier hinten. Pipapo, was haben wir noch? Oh, ist immer noch rot. Warum? Erinnerst du dich an Tomasi, den Leiter der Kommunikation? Der Zischer, in den er verwandelt wurde, tauchte in der Isolation auf. Ein Plattenspieler. Ich kümmere mich darum. Diesmal entkommt mir das Ding nicht. Tomasi. Er spricht über seine spezielle Sprache und Betonung, wenn er die Geräusche des Zischens nachmachte. Die Unterschiede in Biologie und Verhalten zwischen vom Zischen befallenen Personen sind faszinierend. Ob ich diese Daten wohl kategorisieren könnte? Siehst du mit den Gedanken schon wieder woanders? Wie geht es, Dylan? Wie immer. Ich kann keine Aktivität des Zischens erkennen, aber es hat seine Physiologie verändert. Ich kann nicht sagen, ob seine Gehirnwerte authentisch sind oder eine Nachwirkung des Zischens, wie Krämpfe. Dylan könnte auch morgen wieder aufwachen. Ich habe keine Ahnung. Dann muss ich einfach auf ihn warten. Das ist nur gerecht. Er hat auch lange auf mich gewartet. Keine Sorge. Wir beobachten ihn hier rund um die Uhr. Wenn er aufwacht, sind wir bereit. Nicht auf aggressive Art, nur... Naja, du weißt schon. Verstehe schon. Mein Bruder ist hier nicht unbedingt beliebt. Hoffentlich kann er das eines Tages ändern. Ja gut, der Rat... Dylan hat die Astralebene und den Rat angegriffen. Was wollte er damit bezwecken? Hm. Seit seiner Ankunft wollte das Zischen Objekte der Macht korrumpieren, die eine Verbindung zur Astralebene beherbergen. Vielleicht ist es sein Ziel, Zugang zur Astralebene und dem Rat zu bekommen. Ja, aber das erklärt nicht warum. Die Motive des Zischens lassen sich nur schwer ergründen. Aber ich bin die vertraulichen Akten durchgegangen und über den Rat gibt es eine riesige Wissenslücke. Entweder wurden sämtliche Daten darüber vernichtet, oder sie haben nie existiert. Dann sollte sich das vielleicht mal jemand ansehen. Ja, vielleicht. Also, da war dieser kurze Moment, nachdem Hedron gestorben war, wo ich meine Kräfte nicht fühlen konnte. Das Zischen kam in meinem Kopf. Nur ganz kurz. Das erklärt den Ausfall der HAV. Das Zischen hatte uns, bevor wir wussten, wie uns geschah. Es war in meinem Kopf. Ich habe schreckliche Dinge gesehen. Ich war kurz davor, den Löffel abzugeben, als das Zischen zurückgedrängt wurde. Die HAV funktionierten wieder. Talon ist danach verschwunden und wir haben die Zischer bekämpft, die nach ihm kamen. Wenn die HAV nach Hedrons Tod ausgefallen sind, dann muss es eine neue lokale Quelle geben, die sie verstärken. Und die wäre dann wohl... Ich. Du? Du? Hedron ist tot, wenn dieses Wort überhaupt auf eine resonanzbasierte Lebensform zutrifft. Aber was immer sie in dir ausgelöst hat, die Kraft, die du Polaris nennst, ist immer noch aktiv. Zumindest, wenn man meinen Instrumenten glauben kann. Wir werden wohl nie alles verstehen. Aber das ist in Ordnung für mich. Ich bin nur froh, dass du hier bei mir bist. Gut zu wissen. Danke, Emily. So, Emily, haben wir genug ausgequetscht, ne? Darling, Schicksal, ne, ihr wisst nicht. Die Behörde ruft. Bis später. Ja, okay, tschüssi. Jawohl, Ma'am, Direktorin Felden. Bitte, Emily. Okay, Tomasi. Müssen wir mal eben kurz gucken. Ach, Selbstreflexion haben wir auch noch. Okay, erstmal Herrn Tomasi. Wir wollen uns da hinbeamen am besten. Da wäre natürlich hier unten irgendwie klar, ne? So, der gute Tomasi müsste, genau, der wohnt hier links neben der Dory-Scheibe. Muss ich mit dem Falken? Uh. Ja, hier, diesen Hangar, wow. 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 Hat mich ganz gut erwischt. Shit. Wow. 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 Spannende Musik Wo, 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 wo. Okay, irgendjemand schießt hier auch, ne? Wo, 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 okay. Uh-huh. Wow, wer schießt hier? Ach, er hier. So, wo ist der Masi? Das ist dann die POSSIBILITY. Pion, 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 Pion. Übel. Alter. Alter. Geh! Das ist der Tomasi Das ist der Tomasi Mann, ey, was für eine hässliche Nervensäge Ja So, jetzt waren hier oben noch irgendwie so Sachen, die könnte man ja mitnehmen Hier Und ich meine unten auch noch, kann ja mal ein bisschen rumlaufen Was denn Oh, voll So ein bisschen aufräumen hier So Mitnehmen, genau Dann meine ich, wäre hier unten noch was, ne Oder? Hier war doch irgendwie Zurück Mittlerweile irgendwie quer durch die Bude geflogen wahrscheinlich Kurz gucken Soll ich dich super fit sind, war auch nicht, ne Da liegt's So, irgendwie noch Powerkram hier Weil ich bin down, nahezu Muss man vielleicht in Ruhe nochmal hier durchgucken Der war schon ganz schön nervig, der gute Tomasi Und seine Freunde Aber hier war doch irgendwie was, ne Ich weiß nicht, ob das irgendwie komplett weggeflogen ist Oder dass das Ding von eben Hier irgendwie war Mal hier Jedes bisschen zählt So Das da Nichts So, wollen wir oben nochmal gucken? Ich weiß nicht, weil oben war ja eigentlich Oh, man kann hier jetzt auch rein Das ist ja nice Okay Kaboom Gerne So Das zum Thema oben Gehen doch nochmal rauf, oder? Mal eben kurz gucken Hier oben einmal rumlaufen Weil in der Hektik Kannst ja doch alles mögliche übersehen So, wir sollen mit Emily nochmal sprechen Ist ja hier oben drauf eigentlich noch irgendwas Ah Gibt's das da drüben auch? Mal gucken Nö Also, ich glaub mal, das ist es dann hier, oder? Ja, ich glaub, der Rest ist hier komplett zersprengend Okay, dann sprechen wir mal mit Emily So, dann müssen wir in die Geschäftsführung Okay, dann wollen wir die mal anquatschen Klar Ich habe mich um das Ding gekümmert Entschuldigung Er war ja dein Kollege Schon okay Das war nicht Tomasi Der starb, als das Tischen ihn erwischte Du hast recht Ich wollte nur nicht unsensibel klingen Sensibilität ist in solchen Situationen eine Schwäche, Jessie Das weiß jeder hier Emily wird wohl keiner je rührselig nennen Als das Zischen in meinem Kopf war, habe ich komische Dinge gesehen Darling hat möglicherweise mit mir gesprochen Macht das Sinn für dich? Empirisch? Nicht wirklich Aber Phantomstimmen und halluzinative Zustände sind hier nichts Ungewöhnliches Wenn man die Kräfte bedenkt, mit denen Dr. Darling zu tun hatte Könnte er auf eine andere Bewusstseinsebene transferiert worden sein Physisch oder sonst wie Und das lässt dich völlig kalt? Natürlich nicht Dass er diese Kräfte geheim gehalten hat Ich könnte kochen vor Wut Aber es war Darlings Traum, über unsere Realität hinauszublicken Diesmal könnte er zu weit gegangen sein Aber solange sein Bewusstsein seine Umgebung wahrnehmen kann, hat er bestimmt Spaß Vielleicht wollte dich Darling nur vor der dunklen Seite seiner Arbeit beschützen So ein Quatsch? Ich bin kein Kind Er soll nicht einfach annehmen, dass ich unsere Arbeit moralisch bedenklich finde Auch wenn es das ist Was sie natürlich war Hm, sonst haben wir alles, ne? Genau Wie findest du es, dass ich jetzt Direktorin bin? Nice Tust du, als wäre das gerade erst passiert Du warst doch schon Direktorin, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben Ich finde es immer noch toll, für mich hat sich nichts geändert Aber die Behörde ist nicht mehr dieselbe Trench und Darling sind fort Ihr Wissen, alles, was nicht aufgeschrieben wurde, ist mit ihnen verschwunden Sie kannten die Behörde besser als jeder andere Sie sind die Vergangenheit der Behörde, Emily Wir gehen nicht vor wie Sie Wir lernen aus Ihren Fehlern Wir werden besser sein, als Sie es jemals waren Wir werden nie so sein wie Sie Na gut Dann sind wir hier durch, würde ich sagen Bis später Jawohl, Ma'am, Direktorin Faden So, jawohl, so Später, Emily Nicht mal am Spaß So, lassen wir mal kurz gucken, ob wir hier wieder irgendwas rumliegen haben, was wir mitnehmen können Ist ja in der letzten Zeit immer so gewesen, ne? Dreimal hier gewesen, tausend neue Sachen Oh, äh Aber nichts Rotes, ne? Ich kann nicht mit ihr quatschen Okay Jetzt ist die Frage Ey, hier hat ja immer irgendwas zu erzählen Mann, dass ich mal in der Geschäftsleitung arbeite Na, was sagst du jetzt, Mami? Mami Alles klar Äh Also, was steht Simon Arisha als nächstes bevor? Als erstes verbiete ich Diaprojektoren Ganz einfach Guter Witz Wir müssen unsere Regeln überarbeiten Die Forschung darf nicht ohne Kontrolle Entscheidungen treffen, die die ganze Behörde in Gefahr bringen Ach was, scheiße, die ganze verdammte Welt Pope würde ihnen dazu stimmen Bestimmte Leute der Behörde haben zu lange im Dunkeln gearbeitet Und diese HRV sollten Teil der obligatorischen Behördenuniform werden Nicht sehr schick, aber lieber Vorsicht als Nachsicht Ich bezweifle, dass sich jemand beschwert Nicht nach all dem Okay, hau rein Bis später Sie wissen ja, wo ich bin Mhm So, ich dachte, ich gucke nochmal nach einer kleinen Sidequest oder so Was haben wir denn noch? Mission Abgeschlossen Selbstreflexion machen wir nächstes Mal Das ist irgendwie jetzt nichts Nices Na gut Dann ist es das erstmal für dieses Mal, oder? Also, beim nächsten Mal machen wir die Reflexion Das ist ein kleiner Rätsel Bis dann, tschüss Bis dann, tschüss